Hallo Leute, ich bin's der Andreas von der Edelweiss Adventure und wir stellen euch heute wieder einen Drill vor. Heute ist es unser bekanntes 1er Menü und wir kombinieren da im wesentlichen den Beidhandanschlag und den Einhandanschlag. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht eine Kurzwaffe, zwölf Schuss in einem Magazin und eine Zielscheibe. Wir verwenden da heute unser Oval. Wie das ganze abläuft, schauen wir uns jetzt gleich an. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das war unser 1er Menü. Worum geht's da? Es geht im wesentlichen darum, dass wir unsere Schießfertigkeit mit dem Beidhandanschlag sowohl mit der schuhstarken als auch der schuhschwachen Hand verbessern bzw. das ganze auch mit einer Hand. Dazu kommt noch die ganze Motorik und wie immer mit möglichst wenig Munition möglichst viel rausholen. Bei uns könnt ihr das natürlich jederzeit trainieren und würde uns freuen, wenn ihr zu dem Zweck bei uns vorbeischaut und eure Schießfertigkeit dementsprechend verbessert. Macht es gut und bis bald! Welt! Welt! Untertitelung des ZDF, 2020